Du möchtest in deinen Fotos den Himmel richtig schön königsblau machen, das heißt die Farben richtig schön sättigen, ohne dass es unnatürlich aussieht und vor allem ohne, dass die Wolken dabei abgedunkelt werden. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Viel Spaß! Dieses Foto aus den Dolomiten möchte ich heute gemeinsam mit dir bearbeiten. Und zwar geht es mir, wie gesagt, darum, diesen Himmel hier etwas satter zu gestalten. Ja, man nennt es königsblau. Das möchte ich so ein bisschen in diesen Himmel reinbekommen. Also einfach die Farben so ein bisschen noch mehr herausarbeiten. Denn der Himmel hier, ja, ist etwas flau und ich denke mal, wenn man hier mit entsprechenden Techniken arbeitet, dann kann man hier noch eine ganze Menge rausholen. Jetzt gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Das erste, der erste Gedanke wäre jetzt vielleicht von einem Landschaftsfotografen, naja, man kann ja mit einem Verlaufsfilter arbeiten und den Himmel einfach jetzt schon abdunkeln. Ja, das kann man machen. Dann wird alles ein bisschen dunkler. Allerdings werden dann auch die Wolken dunkler. Also ich dunkel dann im Prinzip hier auch diese schönen weißen Wolken bzw. den Nebel hier, den dunkel ich auch mit ab. Und diesen Effekt, den kann man wollen. Aber es gibt auch bestimmt viele Leute, die wirklich einen satten Blauton haben wollen, aber gleichzeitig auch weiße Wolken, weißen Nebel. Und deswegen kommt ein Verlaufsfilter in dieser Hinsicht gar nicht so sehr in Frage. Das nächste, man könnte in die Grundeinstellung reingehen und einfach sagen, ich dunkel jetzt hier mal die Lichter ab. Dann wirst du sehen, okay, das Blau am Himmel wird auch schön blau. Also so ein richtiges Königsblau. Allerdings auch hier wieder das große Problem, ich dunkel auch hier den Nebel und die Wolken mit ab. Und ja, gerade in diesem Bild sieht man relativ schnell deutlich, was das eigentlich bewirkt. Also ich finde, dass dieser Effekt ein bisschen sich negativ auswirkt auf das Ganze. Deswegen ist das jetzt hier eigentlich auch nicht so wirklich das Wahre. Stattdessen kann ich aber hier mal in die HSL-Tabelle reingehen. Und hier kann ich ja einzelne Farbkanäle anwählen. Und ich könnte jetzt hingehen und sagen, ich möchte den Blaukanal in der Luminanz mal ein bisschen abdunkeln. Und dann sieht man schon relativ gut, hey, das funktioniert ja richtig gut. Also hier wähle ich tatsächlich ja wirklich nur die Blautöne an. Und gerade in diesem Bild hier haben wir die Blautöne eigentlich fast nur im Himmel drin. Das heißt, das funktioniert hier an dieser Stelle richtig gut. Also die Luminanz abdunkeln. Hier so auf minus 50 habe ich das jetzt mal gestellt. Und dann sieht der Himmel gleich wesentlich besser aus. Ich mache nochmal ein kurzes Vorher-Nachher. 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 Und da sieht man, finde ich, da funktioniert das richtig gut. Da bleiben halt wirklich die Wolken hier so, wie wir sie haben wollen. Und der Himmel an sich kriegt eine bessere Farbe. Was passiert jetzt aber, wenn ich ein Bild habe, wo ich auch hier im Vordergrund vier Blautöne habe? Die würde ich dann natürlich auch mit bearbeiten. Also wenn du jetzt so ein Bild hast, dann funktioniert diese Methode natürlich nicht. Das ist jetzt Methode Nummer eins. Methode Nummer zwei wäre tatsächlich, dass wir lokal arbeiten. Das heißt, ich würde jetzt als erstes mal den Himmel auswählen. Hier mit einer Maske. Dieser Himmel wird dann automatisch hier mit ausgewählt. Jetzt sieht man hier auch schon relativ gut, wie die Auswahl zustande kommt. Und jetzt könnte ich diese Auswahl aber nochmal schneiden mit einem Farbbereich. Das heißt, ich drücke jetzt hier mal die Optionstaste oder die Alt-Taste auf Windows. Sage jetzt hier Schnittmenge bilden. Und wähle dann Farbbereich aus. Denn jetzt kann ich tatsächlich, jetzt werde ich die Überlagerung hier mal ausstellen, damit ich hier auch wirklich einen Farbbereich auswählen kann. Und jetzt werde ich hier mit dieser Pipette einfach mal mit gedrückter Maustaste hier mir die Blautöne schön aufziehen. Mache ich auch wirklich ein bisschen größer, die Auswahl. Und jetzt sollten wir tatsächlich auch diesen Farbbereich hier haben. Jetzt schauen wir mal. Jetzt werde ich mir die Überlagerung hier nochmal anzeigen lassen. Und jetzt sieht man relativ deutlich, ja, wir haben jetzt eigentlich fast nur noch die Blaubereiche hier drin. Ich kann jetzt hier auch den Farbbereich nochmal so ein bisschen einstellen, verbessern und kann jetzt hier mal gucken. Genau, wenn ich den jetzt hier noch so ein bisschen weiter nach links ziehe, den Regler, dann nehme ich hier auch wirklich den Rest von dem Nebel und von den Wolken raus. Die Überlagerung nehme ich jetzt wieder raus. Und was ich jetzt machen kann, ich kann zum einen die Belichtung hier runterdrehen und damit das Blau einstellen. Und jetzt wähle ich auch wirklich hier wieder nur das Blau an. Ich kann das Ganze auch mit den Lichtern machen, dass ich die Lichter hier noch ein bisschen runterdrehe. Ich kann auch ein bisschen Kontrast noch mit reingeben. Und was ich auch noch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich den Schwarzton hier ein bisschen runterziehe. So, und auch jetzt haben wir hier wieder ein Bild mit einem klasse Ergebnis, wie ich finde, wo wir wirklich richtig schöne, satte Blautöne im Himmel drin haben, ohne dass wir die Wolken oder den Nebel mit angefasst haben. Das so mal als kleiner Tipp, wie man wirklich den Himmel noch besser verbessern kann, als wenn ich einfach nur einen Verlaufsfilter drüber ziehe. Egal, ob bei der Fotografie oder später in Lightroom. Das war es zum Thema Königsblauer Himmel in Lightroom. Ich hoffe, du konntest vielleicht das eine oder andere mitnehmen und kannst das in Zukunft auch auf deine Bilder entsprechend anwenden. Ich hoffe so, der Ansatz, der hat dir gezeigt, wohin die Reise eigentlich gehen kann, ohne dass man vielleicht immer direkt die Wolken mit abdunkelt. Du kannst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und vor allem auch den Kanal abonnieren, denn ich habe gesehen, über 60% aller Leute, die meine Videos gucken, haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Und dann wissen sie auch gar nicht, wann ein neues Video rauskommt. Von daher, falls du da Bock drauf hast, auf jeden Fall den Kanal abonnieren und ansonsten natürlich auch mal bei Instagram, Vero oder bei meinem Podcast vorbeischauen und auch dort mal entsprechend reinbringen. Und falls du noch mehr zum Thema Lightroom wissen möchtest, dann schau auf meinem Online-Store vorbei, denn dort gibt es Videokurse für Lightroom und für Photoshop, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Ich freue mich, wenn ich dich auch dort sehe und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch im nächsten Video hier auf YouTube wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Bis dahin, mach's gut. Untertitelung des ZDF, 2020